Karl Imfeld ist ein Bildhauer aus dem Kanton Obwalde. Er möchte einfache Formen einen starken Inhalt geben. Alles, was er gestaltet, hat einen tieferen Sinn. Und er lässt den Betrachter ein, diesen zu entdecken. Die Bildhauerei hat am Lungernsee eine ausgeprägte Tradition. Hier in Lungern ist einer der bekanntesten Bildhauer der Gegend beheimatet, Karl Imfeld. Seine Leidenschaft für schöne Gegenstände hat er schon früh entdeckt. Ich habe immer gerne zeichnet. Das war das liebste Fach in der Schule. Zeichnen, Malen, vom klassischen Gestalter noch keine Ahnung hatte. Es hatte nicht einmal einen Modellierton in der Schulklasse. Man hatte lediglich Farben und ein Bleistift. Das ist meine Leidenschaft geworden. Ich hatte natürlich immer die beste Noten. Ich habe den Bildhauer-Beruf gewählt und bin in die Ausbildung gegangen, hier im Dorf in Lungern. Und das hat mich vom ersten Tag an einfach glücklich gemacht. Ich habe gewusst, ich muss den Beruf lernen, ich muss das Handwerk lernen und ich habe gewusst, dass ich keinen Tag länger in einem Anstellungsverhältnis sein werde. Nach seiner Ausbildung möchte Karl Imfeld noch eine Kunstakademie besuchen und wird in fünf Städten vorstellig. Professor Wotrober in Wien stellt ihm nur eine ungewöhnliche Frage. Ja, was wollen Sie jetzt da bei mir? Ich bin doch schon mindestens 23 Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin knapp 20. Ja, gut, wenn Sie wollen, dann kommen Sie. Und dann bin ich zwei Wochen später auf der Kunstakademie gewesen. Die Werkstatt seines Onkels Alois Imfeld konnte Karl nach seiner Rückkehr nach Lungern übernehmen. Ja, probier mal. Der Onkel hatte ein kleines Atelier. Bei dem konnte ich natürlich immer über die Schulter schauen, konnte ich sehen, wie er schnitzt und gestaltet. Und später hat er danach natürlich den Beruf aufgegeben. Und ich durfte schon die Hälfte von seinem Atelier für mich benutzen. Dann habe ich angefangen, zu abbauen. Etwa neun Jahre später sind es dann 120 Quadratmeter Atelier, wo noch dazukommen sind. Das ist für mich eine Oase geworden. Ich hatte Freiräume, ich habe mich kennen und entfaltet. So wie für ganz grosse Skulpturen. Die Skulptur «Fenster zum Himmel» stand letztes Jahr bei einer Ausstellung auf der Spitze des Stanzerhorns. Ich habe das Fenster vor mir gesehen. Es ist wie wenn man eine Fotografie macht, dann konzentriert man sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist dann das Bild. Und dieser Durchgang ist für mich zum Bild geworden. Es ist eigentlich immer der gleiche Himmel, aber die Wolken, die ein tolles Bild erzeugen, so dass wir sehen, das ist wie eine Lebenslinie. Alles ist im Fluss, es verändert sich, aber das Ziel und das Ende bleiben immer das Gleiche. Neben Skulpturen entwickelt Karl Imfeld auch besondere Möbelstücke, darunter den Imfeld Kubi, aus dem Tische und Regalsysteme mit verschiedenen Materialien und Grössen entstehen. Mir hat die Dynamik gefehlt und ich fand, als Bildhauer und Formengestalter, das muss irgendeine Möglichkeit geben, dass der Kubus einfach dynamisch wird. Und dann habe ich ein ganzes Modell diagonal obeinander geschnitten. Und dann ist mein Sohn auch noch dabei gewesen. Und dann habe ich ihm gesagt, immer gleich schnell die andere Hälfte, die wir zusammensetzen. Und dann kommt er mit der anderen Hälfte und stellt sie so her und denke ich, was ist jetzt hier passiert? Und dann ist der Imfeld Kubi entstanden. Und dann gibt es eine totale Verdrehung. Was ist denn diese hier? In der neuen Niederlassung der Baufirma Eberli in Sarnen hat Karl Imfeld einen besonderen Tisch entworfen und gebaut. Wir haben Karl beauftragt, weil wir einen speziellen Tisch haben wollen. Es ist ein Treffpunkt für uns hier im Haus. Und Gestaltung prägt natürlich auch Kultur im Unternehmen. Und darum haben wir uns gewünscht, dass wir wirklich ein spezielles Objekt hier reinbekommen. Ich erlebe einfach auch eine Zufriedenheit, wenn man sich an so einem schönen Ort aufhalten kann. Wir verbringen viel Zeit am Arbeitsort. Und wenn der Arbeitsort dort ist, wo man sich wohl fühlt, ein schöner Ort, dann löst das etwas aus. Und es schafft Verbundenheit im Team, im Unternehmen. Und das ist sehr schön zu sehen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ein Ort, der schön gemacht worden ist, wo man Herzblut gespürt, da geht man immer wieder gerne hin. Das müsste das Alligen von jedem Architekt und Designer sein. Schöne Orte zu schaffen. Mit einfachen Mitteln, mit einfachen Möbeln, die aber vom Material her auch eine tiefe Aussage haben. Räume zu einem Erlebnis werden zu lassen, beflügelt Imfeld immer wieder neu. Sei es ein Arbeits- oder Wohnraum oder ein sakraler Raum. Das Gästezentrum Schönblick im deutschen Schwäbisch Gmünd hat eine kleine Kapelle, die Imfeld designt hat. Ich bin eingeladen worden, für den Raum der Stille eine Idee zu entwickeln, wie dieser Raum gestaltet werden könnte. So dass eben der Lechteinfall von oben durch den Konus, der danach der ganze Raum ausleuchtet, auch in einem schönen Zusammenhang stehen mit der Inneneinrichtung. Und das ist für mich ausschlaggebend gewesen, dass das Licht den Raum bestimmt. Und danach ist das Licht, das senkrecht in den Raum hineinfällt. Das hat mir die Inspiration gegeben, ein komplettes Konzept zu machen, inklusive Sitzbank. Der Altar ist aus Gararen-Marmor. Der nimmt das Licht am intensivsten auf. Und von oben ab bekommt sozusagen die göttliche Linie, die von oben nach unten geht. Ich habe eigentlich nie zweifeln daran, dass es Gott gibt. Aber ich wusste nicht, was ich tun muss, damit ich dann wieder zu Gott zurückkomme. Und dann, ja, da hatte ich schlaflose Nächte. Und dann habe ich durch die Diskussion mit den Brüdern, die das Erlebnis schon hatten, zuerst einmal wirklich in der Evangelium hin zu lesen. Und das hat mich dann eigentlich richtig vor Gott hingestellt. Und somit hat sich dann das durch so eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus ganz klar manifestiert. Und das hat bis heute gehabt. Die Frage, die auch der Gauguin schon mal auf ein Bild geschrieben hat, woher, wozu, wohin, das war für mich eigentlich die Fragestellung, die mich im Gestalten meiner Objekte und Rundgestaltung usw. immer wieder geprägt hat. Ich will etwas machen, was das Wesentliche wiedergibt, nämlich, dass der Mensch nach Gott Fragen tut. Ich habe immer die Balance interessiert, die Freiheit, die wir haben, man kann tanzen, man kann hüpfen, man kann sogar auf einem Bein stehen. Immer ist es die Frage, bleibe ich noch innerhalb der Gesetzmäßigkeit, der Balance? Und zum anderen hat es mich interessiert, eine Skulptur zu machen, die man verändern kann, wie sich das Leben neu verändern kann. Es ist nie ein statisches Erlebnis, sondern das Leben ist immer im Fluss. Die Frage ist immer, was mache ich aus dieser Veränderung, die manchmal passiert und manchmal Unglück ist. Aber aus jedem Unglück ist wieder neue Chancen da. Karl Imfeld hat fünf Kinder grossgezogen, doch seine erste Ehe scheiterte. Nach vielen Jahren der Einsamkeit hat er 2022 noch einmal geheiratet. Die Beziehung zu Katrin hilft ihm auch, wieder in Balance zu bleiben. Das Leben ist vorgesetzt, wie lange ich lebe. Und darum hat es mich interessiert, wo gehe ich hin, was muss ich tun oder was kann ich tun, dass ich wieder zurückkomme zum Schöpfer. Der, der mich gemacht hat, hat einen Plan für mich und er weiss, was das Gute ist für mich. Und darüber nach links kommt, dass wir hier in die Generationen sind, wie lange ich gli aus stol著 Johannes oderInnen bei Galen. ... Da. Untertitelung des ZDF, 2020